ARD Text im Auftrag von Funk Ja, und ich habe mir sogar extra für heute einen gelben Stein geholt, das darf natürlich mein Chef nicht erfahren, ich verlinke ihn auf dieses Video. Das ist doch. Oh, wir haben kein Portal dahin, okay. Nein, da können wir kein Portal dahin haben, weil wir hier lang rutschen. Ach so, ach ja, der Typ. Ja, hier. Möchtet ihr nach Zubrisch? Es kommt eine Katzina, fress ein. Zubrisch. Zubrisch. Das heißt, ich stand aber heute. Zubrisch. Also bei mir lädt das Spiel noch. Zubrisch. Hat der Alchemist die Essenz zweier Wächter geraubt. Die beiden anderen Wächter leben in der kargen Ödnis rund um Zubrisch. Dort schlägt der Alchemist als nächstes zu. Mikrofon activated. Ist dir gerade aufgefallen, dass er ein Moonwalk gemacht hat und die Wüste zurückgelaufen ist? Ich finde diese Katzen so geil, weil sich einfach nichts verändern hat. Er läuft einfach auf den anderen Bergen. Es sieht so aus, als ob er rückwärts läuft. Es ist halt in Zubrisch. In Zubrisch, ja. Weiß sie doch, oder? Zubrisch. Ja, ähm, ähm, hier kann man verzaubern. Hier kann man sich große Edelsteine und so machen. Oh, komm mir jetzt. Indem du einfach drei gleiche reinpackst, ne? Dann kommt da so ein großer raus, weißt du? Einfach, weil wir es können, habe ich jetzt ein Rofelchen gemacht. Wo ist denn eigentlich die Schrott-Truhe hin? Keine Ahnung. Das ist der Drache in der Mitte der Stadt. Warum macht die geiler Tod? Und warum spackt meine Maus, oh Gott. Weil du ein Spacken bist. Ich brauche eine neue Maus. Was hast du mit deiner Maus gemacht? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich nehme mir erst mal die Quest an. Einfach, weil ich kann. Was sind das ja eigentlich alles für Typen? Ja, die können halt was. Die sehen aber nicht hübsch aus. Das ist mir egal. Ja, ich bin aber hübsch. Nein, wirst du nicht. Hast du einen Beweis dafür? Ich habe deine Mutter letzte Nacht gesehen. Alter, ey, das ist ja nicht okay. Doch. Hat man den Krankenwagen eigentlich gerade gehört? Ja, ein bisschen. Damit muss ich täglich leben. Erik, hast du schon wieder Leute verprügelt? Ich würde sowas doch niemals machen. Warum glaube ich wäre das nicht? Weil du ein schlechter Mensch bist. Okay. Und denkst, dass ich jemandem mal was Böses angetan habe, was ich niemals gemacht habe. Niemals. Und wir fliegen nach Thailand und fliegen in kleine Kinder und... Insider. Insider. Zur kurzen Erläuterung. Ich lebe in einem Internat seit neuestem. Mache dort jetzt wahrscheinlich meine Ausbildung. Mein Sommernachbar ist so drauf. Er meinte zu mir, ich habe sexuell alles durch und ich würde gerne mal nach Thailand fliegen und kleine Kindernoten fliegen. Mein Gesichtsausdruck fand ich sehr lustig, weil irgendwie... Ich war erst mal total geschockt und... Ja. Er meinte das ernst. Er meinte das ernst. Ja, er meinte das ernst und mit solchen Leuten muss ich mich da rumschlagen. Wo bist du eigentlich? Ach, du bist bei dem Alchemie. Hier ist so ein... Hier ist so ein Rezept, aber ich kann das nicht rausnehmen. Weil du es schon hast. Irgendwo so Zutaten dreimal Sockelbar. Ja, weil du es schon in dem Dings hast. In dem Inventar. In den Inventar. Okay, ach so. Okay, yo. Ja, ja. Ja. Okay. Ja, das finde ich gut. Ich kriege hier schon mal in den nächsten Bereich. Gefällt mir. Hast du schon die ganzen Quests angenommen, die hier sind? Ja. Weil hier ist ja auch so ein Sternchen-Quest, oder? Ach nee, das ist der neueste Bereich. Oder bist du auch mit Sternchen-Teilen da rein gegangen, ne? Ja. Oh, die Musik. Du wirst diese Map lieben. Was hast du? Du wirst diese Map lieben. Okay. Die ist einfach nur total riesig und total scheiße. Ja. Wie jede Map. Richtig scheiße. Nein, aber diese Map ist anders. Die ist wirklich scheiße. Es ist riesig und total scheiße. Das ist die Beschreibung für sehr viele MMOs. Ja, aber das ist wirklich riesig und scheiße. Ja, MMOs sind auch riesig und scheiße. Ja, aber die Map ist wirklich riesig und scheiße. Das ist einfach eine riesige Süße. Metin 2 ist auch extrem schlecht. Und jemand, der was anderes darüber denkt, kann sich verpissen. Okay. So. Ich, 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 ich tue ja gerne Viewer weg, Eken. Das mache ich so, wie es ist. Du bist ein Metin-Spieler? Dich block ich. Jo, das ist sowieso. Aua, aua. Die machen ja, aua. Die machen ja Schaden. Ja, das ist ein neues Gebiet. Die sind jetzt so wieder unseres Level, ne? Ja, irgendwie schon so. Das ist, das ist halt so. Wenn du jetzt nicht wartest, dann wirst du halt Wehtüben bekommen. Warte mal. Achso, das war, oh, ich dachte hier, oh. Ich sag dir, Prostatakrebs tut weh. Wie kommt schnell auf Prostatakrebs? Weil, äh, Prostatakrebs, äh, in unserem Gespräch vor der Aufnahme war. Ja, aber das hat ja nichts mit der Aufnahme zu tun. Ja, das ist mir doch egal. Ja, aber du wirst doch nicht, dass deine Abonnenten Prostatakrebs kriegen, oder? Äh. Äh, antworte nicht drauf. Denk dir einfach dein Teil, ich bin gefesselt. Boom. Oh mein Gott, nein. Ich kann immer noch mein Schild explodieren lassen. Ja, und ich kann sterben. Das machst du ja öfters. Ich bin so fucking useful, ich bin so fucking useful und ich sterbe. Ich sterbe. Ich hab die, ich hab die schon von dir weggehauen. Also, jetzt machen wir. Ja, und da kommt noch ein Samurai. Oh Gott, stirbt. Ich sag ja, diese Map ist kacke. Äh, warte mal. Sind, waren wir nicht grad in irgendeiner Wüstenstadt? Ja, das ist diese Stadt da, wo wir gerade waren. Ach, es ist dunkel. Achso. Ja. Es ist halt hier ein Wunder, dass es so hier so eisig aussieht. Guck mal, mein Skelett verkoppt, da hätten wir. Oh, macht dein Skelett ja hübsch. Ja, mein Skelett macht 20 Schaden. Pass mal auf, das ist ordentlich. Alter, das ist ordentlich. Alter, das glaub ich auch. Das ist ordentlich. Kasse, diese Viecher. Davon kommen ganz viele noch später. So Sand-Samurai. Ja. Einfach, weil die keine Hobbys haben, steigen die einfach mitten aus der Erde. Oh mein Gott, ich wär beinahe gestorben. Was, das Teil, dann hat sich doch nur einmal angegriffen. Ja, ich weiß, ich bin Squishy. Nein, wie Timo. Alter, du bist Timo. Noch nicht so nervig. Nein, ich bin nicht so nervig. Das ist immer noch diskurierbar. Nein, ich bin nicht nervig. Das hab ich nie gesagt. Aaaaaaah! Ich halte dir nicht zu. Ich halte dir nicht zu. Nein, ich bin nicht nervig. Ich bin überhaupt nicht nervig. Nein. Warst du noch nie, wusstest du mal es sein? Nein. Warum sollte ich auch? Nein. Warum nicht? Hör auf, mir solche Fragen zu stellen. Ich bin Politiker. Ich beantworte keine Fragen. Ich mache einfach. Achso. Wobei, wo wir bei Politik sind. Wen wählst du denn dieses Jahr? Ich darf noch nicht wählen. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Jo, aber ich würde den Steinbrück wählen. Warum? Äh, weil er nicht Merkel ist. Das... Wollte was? Alles ist besser als Merkel. Nein, da liest du falsch. Merkel ist die einzig wahre Frau, die ich wählen würde. Weil es die einzige Frau ist, die man zur Zeit wählen kann? Nein, weil sonst irgendwann, wenn sie runterkommt und nichts mehr zu tun hat, von ihr irgendwie irgendwo... Dann zerstört sie Deutschland von außen. Nein, nein, dann kommen irgendwo Sextapes von ihr raus. Dann will ich auf gar keinen Fall mitbekommen. Oh, das wäre ein trauriger Tag für Deutschland. Nein. Dann wird sich mein Penis automatisch nach innen ziehen. Dann wird man ja automatisch... Ey, dieses Scheiß-Teil. Mein Gott, wie, ey. Ich hab's erwischt. Ich hab's getötet. Ich hab's auch erwischt und getötet. Nein, ich hab's. Ich hab... Ey, der Ruhm gehört nur mir. Na, hauze. Ja, nee. Warum machst du? Warum? Wieso? Weil ich besser bin als du... Nein. Alter. Hier ist Items. Ja, nicht... Unenchanter. Ja, aber ich möchte mein... Nein, nein. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ah, sag nicht, du bist gleich wieder tot. Nein, das nicht, aber... Hilfe. Ist doch nur ne goldene Krabbe. Oh, ist die süß. Oh, guck sie dir an. Die ist so süß. Hast du die gesehen? Oh, die war so süß. Die verpackt sich in der Erde. Oh Gott, kam da viel Gold raus. Oh, war die nicht süß? Nein. Ich fand die süß. Nein, war sie nicht. Warum nicht? Weil sie mich fast getötet hat. Ich brauch 81 Stärke und 40 Geschick. So, jetzt hab ich 40 Geschick. Und ich hab... Langeweile. Und du bist die Langeweile. Ja, ich weiß, aber das darf keiner erfahren. Ich hab ein Goldschäde gedruckt. Ich hab meine Waffe entcharnet. Äh, ich hab meine Waffe nicht entcharnet. Dann solltest du das tun. Oh mein Gott. Geil. Alter, ich hab den Imba... Den Imba-Scheiß-Teil, was du mir gegeben hast, jetzt nochmal verzaubert. Geil. Weil das hat funktioniert. Geil. Das funktioniert eigentlich immer. Soweit ich das weiß. Jetzt ist der noch Imba-Rar. Imba-Rar-Rar-Rar-Rar. Car-Car-Car-Era-Bahn. Geil. Was hältst du denn überhaupt von Car-Car-Era-Bahn? Hatte damals eine. Ich hab sie im Stand immer wieder kaputt gemacht. Ja, aber sie waren so geil, oder? Ja, sie waren geil. Das sind immer die besten 15 Minuten im Leben und dann ist sie kaputt. Ja, irgendwie schon. Naja, nicht die Bahn selbst, aber die... ...die Autos, die gehen so schnell kaputt. Ja. Das ist... ...leiler so. Ja, passiert. Hast du fertig? M-m-m. Einfach, weil ich es kann. Das ist echt ein Arsch. Einfach, weil ich es kann, mach ich meine. Oh mein Gott! Ich hätte schon so gedacht, gleich euch das Bling von Facebook im Hintergrund, aber... Nein! Nein! Ah! 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 Ah, fickt doch die Henne. Ach, dafür kann die Henne doch nicht. So. So, jetzt, wo du tot bist, kann ich ja gleich mal ein Heile-Bot aufstellen. Ach, leck mir doch die Eier. Alter, guck mein Schieß-Bot an, ey. Ich meine, wie geil kann man sein. Der Schießkopf geht mir am Arsch vorbei! Du dummes Auto! Wegen dir bin ich gestorben! Einfach nur, weil du nicht deinen Scheiß heißt. Nein, du bist schlecht! Guck mal da, da ist eine Ratte hinter dir her. Cool. Oh Gott, was ist das denn für Viecher? Ih, Ih, Gif, 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 Renn! Ja, natürlich, ich laufe auch direkt noch rein. Wie sollte es auch anders sein? Ey, komm, warte jemals anders. Ih, Sot! Äh, 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 ich bin gleich tot. Jo, deswegen bringe ich ihn ja auch zu dir. Äh, 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 da. Dö, dö, da. Da. Stiff! Irgendwie bin ich gleich squishy. Naja, und das kommt halt davon, wenn man auch schaden wird, ne? Ich drück zwei Damage as hell, aber ich bin squishy. Der Typ ist wohl giftig, aber ich krieg irgendwie keinen Schaden. Ja, weil er auch nichts machen konnte. Er hat ein Gift, er hat ein Giftzweig gedroppt. Einhändig. Ja. 129 Schaden pro Sekunde. Boah, ist der schwarf. 20% kritischer Schaden. Boah, ist der schwarf. Ey, er sagt, er ist giftig. Also, Gift ist cool. Das heißt ja nicht, dass ich es haben will. Ja, aber es heißt Zweig und so. Ich bin auch nicht selbstmordgefährdet. Du bist selbstmordgefährdet. Nein, noch nicht. Wie viel muss ich dich noch mobben? Bisschen. Okay. Ach man, warum setze ich denn die mal tief ein? Oh, die hobillosen Kinder hier. Ich werde niemals sterben. Ah, ich lache dich aus beim nächsten Kurs. Ja, ich brauche dich ja nicht mehr auslachen. Ich glaube es ja sowieso. Aber cool, meine Säulen kommen da runter. Meine nicht. Meine Krabbe macht das schon. Ich lasse es. Meine Krabbe macht das. Seit wann hast du eine Krabbe? Vielleicht jetzt gerade. So, unten sind noch Items. Ich habe es durchgeprügelt. Ja, aber hier unten sind noch Items. Ich muss sagen, es lag relativ tolle. Ich mach mal. Ich mach mal ein bisschen. Ist ja nicht schlimm. Bemeckt man ja nicht. Ach, so smooth. Ach, die smoothness. Ach. Was für ein Taliban war da in deinem Hintergrund? Äh, du meinst den? Äh, der kommt manchmal vorbei. Und der bringt mir immer Bomben mit. Ach so. Ja. Ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Wie geht's denn heute so? Uh. Kann leider nur türkisch. Ach so. Ja. Ja, dann geht doch mit dem auf türkisch. Ich kann leider noch keinen Punkt haben. Das ist ein bisschen schwer. Ih, die haben ja Kanonen. Wieso jagst du nicht deine Schuhe hoch, wenn du, äh, so Bombenartigem Täter bist und so? Weil dann die USA kommt und mich für sechs Monate in den Knast steckt. Und dich dann umbringt. Äh, nicht umbringt, aber die stecken mich denn nackt in den Knast. Weil ich einen sarkastischen Joke gemacht habe. Nein. Ich hätte das nicht machen sollen, oder? Nein. Na ja, der Heilroboter ist ja draußen. Das freut mich. Und ich bin vergiftet. Der gibt dir ja sehr zu sogar, ähm, äh, Mana, ne? Der Heilbot? Weiß ich nicht. Das verlassene Drachenskelett. Okay, cool. Boah, da, da. Oh mein Gott, hier sind viele Gegner. Äh, gleich kommst du wieder. Bla, 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 ist da. Was hast du denn eigentlich so die ganze Woche lang gemacht? Gearbeitet. Im Gegensatz zu dir. Äh, lass mich in Ruhe. Ich hab auch hart gearbeitet. Du saßt in der Schule, dann hast du die Eier geschaukelt. Äh, zur Zeit ist das wirklich nur Eierschaukeln. Sag ich ja. Also ich meine sogar, sogar die neuen Themen sind auch nur noch die Witz. Darfst du wenigstens über... Was? Darfst du wenigstens über die Witze? Das sind leider nicht so lustige Witze. Es sind so Witze mit Zahlen drin. Achso. Ist hier hinten irgendwie Loot? Äh, ja, da war was. Aber ich weiß nicht, ob du was brauchst. Boah, wir müssen ja noch die Kiste finden, ne? Wir müssen noch die ganze Scheiß-Mettwerk-Kunden. Die geht das unten zum grünen Fragezeichen und noch etwas weiter. Das grüne Fragezeichen am Ende der Welt. Wo immer du hingehst, kommen einfach so rote Säulen aus dem Nichts. Ja, das ist das Licht an meiner Aura. Ach, deine Aura. Ja, die ist so heiß. Die Aura der heißen Dinger. Ach, da leckt mir doch einer die Füße. Ach. Soll ich dir dabei helfen? Nein. Äh, kommst du hier rüber? Nein. Hier ist ein Boss. Ja, das ist schön. Und der macht den gerade ganz alleine tot und dann kriegst du keine LCP. Doch, krieg ich. Kriegst du gar den Mut. Stell dir vor. Ach, ja. Ey. 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 Wie lange brauchst du noch? Oh mein Gott. Sag nicht, dass du schon wieder am Schwerben bist. Nein, das ist nicht. Aber da ist Bossmanns-Wahn so. Ach, ist ja nicht schlimm. Wäre nicht so, als wenn du mich... Oh mein Gott, es kann durch die Tür. Wieso kann es durch... Nein, wieso kann es da durch die Tür? Nein, ich will es nicht. Oh, du willst es doch. Nein, du willst es. Hart, anal. Oh, ist ich tot. Wieso musst du immer auf die Anal schieben? Weil ich... Oh mein Gott. Warum tötet es mich? Weil du schlecht bist. Nein, du bist schlecht. Weil du keine Spinnen hast wie ich. Hast du gerade Boom bekommen? Nein. Yo, dann hast du keine XP für der Boss Monster bekommen. Egal, stört mich nicht. So, jetzt haben wir hier gleich das nächste Boss Monster. Och, leg mir doch die Eier, Mann. Was ist denn das hier von der Scheiße? Ja, doch. Stört. Ja. Stört. 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 Hey, aber so machen wir wenigstens zwei auf einmal fertig. Also zwei Bereiche. Jo. Nur, dass wir halt die Map nicht aktualisieren sehen. Naja. Was? Man sieht halt die Map nicht am aktualisieren. Oh, das ist echt blöd. Das liegt aber daran, dass du mal nicht hier warst und der ganze Loot noch hier liegt. Ich hab, ich hab schon wieder am Boss in die Wand gebrocht. Oh. Kann sein, dass dieses Spiel relativ faggy ist. Nein, nur wenn man das auf der normalen Lässe nicht spielt. Dann auf einmal den Boss in die Wand traut. Das liegt aber daran, dass du keine Mods installieren willst und unbedingt zum Fall. Und dann auf einmal den Boss in die Wand gebrocht.